Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich mir das ganz besonders ausgedacht, wir sind auf der Festung Jan Breitstein, aber es ist nicht die Nacht der Helden wie sonst, sondern Maschinengipfel. Was ist neu, was ist anders? Der Name. Und dein Interviews immer auf Dauer langweilig werden, besonders, wir haben ja schon so oft gelabert, es gibt ja nichts Neues mehr. Ja und die Bands natürlich. Ja die Bands sind auch neu. Ja klar. Also ganz neu oder? Hier, Versus Goliath, die mit uns auf Tour gehen im Herbst und wir sind sehr gespannt. Aber sie werden euch gefallen, wissen wir jetzt schon. Ja, aber warum sitzen die hier? Wir sind Buzzer aufgebaut. Ja, das kannst du besser erklären. Das war ja deine Idee, oder? Ja, ich habe mal eine super Schnapsidee gehabt und habe mir gedacht, ich spiele Songs ein und derjenige, der am schnellsten buzzert, quasi gewinnt, wir machen keine Ahnung, eine Runde von acht Songs oder so, der am meisten hat, kriegt von mir ein kleines Special. Aber es muss schon die richtige Antwort sein, oder? Also nicht wer zuerst buzzert, sondern wer zuerst buzzert und die richtige Antwort sagt. Komplette Songs natürlich. Ja. Und dann werden wir mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay. Hören wir die Songs denn auch? Ja? Nein. Das will ich doch hoffen. Seid ihr alle bereit? Wir sind bereit. Ja, sicherlich. Faire Spiel. Psst. Yes. Psst. So, also erster Song. So, das waren die ersten zehn Sekunden. Ja. Ja. Also von uns ist das von neu. Von uns auch nicht, glaube ich. Oder? Ich sag jetzt noch schwerer dabei. Oder? Warum fängst du direkt mit dem Schweren an? Ja. Äh, Self-Control. Nein? Nein. Kleiner Tipp. Es ist nur sehr, sehr gerade, wenn die aktuellen Endcharts umgehen ohne Ende. Mhm. Au je. Bei dem neuen Modien-Kram kenne ich mich nicht aus. Okay, ich spiele noch mal ein bisschen was aus der Mitte. Mhm. Fällt mir aber nicht. Bring me the over. Kennst du das? Nee, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Ich gebe einen kleinen Tipp. Das ist electric call one. Hm? Sleep? Well. Sleep-Talk. Okay. Hätte man wissen können. Boah, weißt du, vorher hat man so gesagt, kennt jeder. Klingt gut auf jeden Fall. Ich sehe einen Gekennens. Was? Wer kennt das denn? Kennt der nicht? Kennt nur mit Schauspielern. Flo, was hast du dir dabei gedacht? Ja. Für dich? Fängt mit Stahl und auf Englisch? Steel Panther. Hey! Welches Song? Keine Ahnung, ich kenne nur den Namen. Okay. Einmal rund. Einmal rund. Seid ihr bereit für den nächsten? Ja! Das ist Lord of the Lost. Äh, Lorelei. Üronic. Nicht schlecht. Nächste Song. Ahh. Das ist radioaktiv. Okay. Das war jetzt aber gemein. Ja, das ist okay. Ich wollte echt sehen, ob wir auch noch eigene Songs machen. Ja, ja, schon klar. Haben wir schon mal gedacht. Ja, haben wir schon kurz überlegen. Okay, nächster Song. Oh, Trippius. Yes, sehr gut. Bester Song of the World. Ja, bester Song of the World. Okay, nächster Song. Jules Freest. Breaking the Law. Ja, ja, ja. Ich drücke den irgendwie nicht. Wir müssen noch mal testen. Ready? Du darfst auch hier draufhauen dann, ne? Okay. Iron Man! Das ist nur so. Erst Buzzer und dann Reden. Das erste, was ich höre, ist eurem Buzzer, nicht das Lied. Ist das jetzt so schnell? Die Box. Die Box. So, und ready für das nächste? Ja. Ah, das ist Mötli Crew, oder? Nee. Mötli Head. Weiß ich nicht. Ich hab's schon mal gehört. Ja, ja, ja. Super bekannt. Ja, ja, ja. Bist du da? Aber nicht Mötli Crew, echt nicht? Vielleicht. Vielleicht doch. Mötli Crew. Hallo. Achso, ich bin der Wasser. Jetzt Mötli Crew. Hast du einen Song? Ja, das ist, ähm, ähm, äh, 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 scheiße. Ja, ja. Geil. Ist nicht gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nee, nee. Ah, scheiße, ich hab den Namen nicht. Mach mal kurz weiter. Ja, du warst so geil. Ja, 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 ja. Kickstart mal hakt. Ja, 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 ja. Ja, genau. Oh, Mann, ey. Ein Punkt. Ja. Kenn ich. Kennst du das? Doch. Das kenn ich. Ja, ja, ja. Das ist eher so prokurrent. Ist cool. Das fällst du direkt. Du hast nie jetzt vor. Andi ist die Blut. Was? What the fuck? Nicht meine Baustelle, keine Ahnung. Also die Stimme hat mal, der sich rausgehört. Da bin ich auch aus Blüchen? Ja. Wollte ich auch grad sagen. Ja, weil wir haben ein Herz oder wie das heißt. Buzzer. Achso, man muss ja buzzern, ne? Aber... Blümchen! Blümchen! Wir holen uns den halben Punkt. Mit wem noch? Mit wem noch? Mit wem noch? Ähm... Ach, stimmt. Die hat vor kurzem so ein Ding gemacht. Ja, 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 ja. Die müssen beide Künstler kennen. Elektri-Callboy. Nein! Ja, die hat vor kurzem irgendwas gemacht mit jemandem. Was ist gut? Nee, ich hab keine Ahnung. Kennen wir nicht drauf? Nee. Schale. Blümchen mit Finch. Ah! Okay. Oh, ich gewusst. Ready? Ja! Backstreet Boys! Hä? Ja! Keep playing games with my heart! Quit playing games with my heart! Yeah! Aber leider... Warum ist der so gut heute? Ja! Krass! Ich hab aber gepassert! Ja, 10! 10! So! Noch ein extra Song! Pst! Ruhe! HZ-Blocks Nirvana! Wuuu! 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 Weiß ich guck mal! Ich weiß nicht, ob ich mal vorher gebuzzert hab! Ich seh schon, ich bin in guter Gesellschaft! Ready, ready? HZ-Blocks Nirvana! Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja. Flo, du weißt es doch! Gib rüber! Ruhig, ruhig. Ich kann mich raus. Scheiße! Ist es mehr so in der harten Richtung unterwegs? Ach, ja, ja. Also, nee. Nee, komm ich nicht drauf. Du hast zwei Namen. Park-Wade, oder? Mit? Ja, gut, wo er es zu gräbt hätte er wahrscheinlich. Kein Punkt. Ready? Das hat auf deine Hand gehauen. Du darfst zuerst sagen. Du darfst sagen, du hast jetzt noch nichts gesagt. Ja, Run to the Hills, Maiden. Nächster Song. Echt? Ein bisschen länger. Ready? Das war ein Power-Core. Hallo! Ja, wir sprechen hier. Das ist unsere Generation. Ich glaube, ich bin da zu jung für das Spiel. Ich hab zum letzten Song. Ready? Das ist aber von Papa Roach, oder? Nee, 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 nee. What? Alien Endform. Das heißt Smooth Criminal. Ja, ja, das ist ja klar. Ist das das Original? Nein. Das war von Alien Endform. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist eine große Auswertung. Auf jeden Fall hier. Also, offensichtlich... Das war's. Oh! Sehr schön. Ihr dürft euch weiter das Mikro schnappen und gerne noch was für die Leute da draußen mitgeben. Hallo, liebe Freunde. Hier ist der Tobi von der Headmaschine. Ja. Ich hab noch nie was gewonnen, deswegen freu ich mich total jetzt hier an dieser Stelle. Danke. Hast du gewonnen? Ja, ich hab mit euch gewonnen. Ich hab einen großen Beitrag geleistet. Einen großen... und du? Ich nicht. Doch. Ich auch. Dirk, du warst der Hammer. Ich bin der René. Du bist doch... Du bist der Tobi. Ich bin der René. Ach du Scheiße, so weit sind wir jetzt. Ja. Hm. Versus Goliath. Hallo. Stellt euch doch mal vor, du bist der Sänger. Ich bin der Flo. Der Flo. Ich bin der Jonas. Das ist der Jonas, der Schlagzeuger. Genau. Und ich bin der Andi. Und das ist der Andi, der Gitarrist. Und wir haben richtig versagt. Und ihr zwei... Oh Gott. Ihr sechs habt gegen uns verloren. Knapp? Ja. Aber das... Also wir kommen mal zur... Zur Ausübergabe. Ich hab hier... Es gibt Preise. Preise, Preise, Preise. Ich stecke noch bezahlte Werbung. Mehlware. Mach den geilsten Schild. Und du darfst jetzt hier für den Special Sorten was aussuchen. Ja, los, bitteschön. Du musst es aber auch direkt trinken. Vor der Show. Ach so, vier Mehl, vier Buzzer. Was das bedeutet. Danke. Immer gerne. Ja, komm, die sind noch voll. Also ihr kriegt doch einen Prostpreis. Hey. Darf ich auch mal? Darf ich auch mal? Darf ich auch mal? Versus Gold, der kriegt auch. Aber ich kann das nicht lesen ohne Brille. Ihr habt den Punkt geholt. Was soll ich mal lesen? Vielleicht mit Sonnenbrille. Kirsch und Whisky. Nee, auch nicht. Kirsch und Whisky. Nee, auch nicht. Kirsch und Whisky. Ach. Das heißt jetzt was? Das probiere ich jetzt mal. Aber das darf man gar nicht zeigen. Das ist ja... Nee, jetzt sag ja oben. Das ist Hashtag Werbung jetzt. Nee, jetzt nicht. Darf man. Jetzt darf man. Jetzt darf man trinken. Darf man trinken oder? Ja, man darf trinken. Klapp, na? Dirk? Trink dir doch mal. Komm. Es geht schon irgendwie weiter, Jungs. Irgendwie geht's immer weiter. Jetzt hab dich nicht so. Komm her. Genießen auch. Oh, gut. Ein Punkt. Ja, hier. Und? Mh, fein. Hast du noch mehr? Oh, geil. Lecker. Gell? Ja. Also... Das hört sich gelungen. Metwabe macht den ganzen Schiff. Vielen Dank Flo. Immer gerne. Danke euch. Vielen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und Aftermovie kommt natürlich auch im Anschluss. Also viel Spaß dabei. Wie immer. Und ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke für eure Zeit. Und ihr habt zu Abschlusswort. Vielen Dank für das Spiel. Immer gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht zu verlieren. Aber es gab ja einen Trostpreis. Ja. Und immer dran denken. Bier trinken ist wichtig. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.